So, und jetzt können wir hier mal ein paar R Mann Entweder der hält sehr viel aus oder ich treffe ihn nicht Nicht beides Das muss doch jetzt einfach der Fall gewesen sein, oder nicht? Dankeschön Oh nein Oh nein Oh nein I'm truly exceptional Au 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 Wisst ihr, da wollte ich ja nicht lang Da wollte ich lang Dank, hier kommen die noch nicht durch, oder? Hier, meine ich Das gilt immer noch nicht als zerstört, ey Ich hab irgendein Ei übersehen Na gut, dann geh ich aber jetzt erstmal hier lang Wow Das war gut Ich hab da wieder irgendwelche übersehen anscheinend Ich dachte, ich drehe mich einfach Ich kann nicht nur ein Omelette machen, ohne ein paar Böckchen Ich kann nicht nur ein Omelette machen, ohne ein paar Böckchen Uh oh Uh oh Friday is coming up. Objective. Reach the elevator and escape. Alert. All egg clutches destroyed. Fire suppression systems have caught fire. Beginning evacuations. Initial self-destruct protocols. T minus 30 minutes. 3, 2, 1. Blow up, goddammit. Have a pleasant day. 30 minutes. 3, 2, 1. Blow up, goddammit. How slow is this goddammit elevator? What's the point? Dramatic tension. Alert. Inbound Blood Dragon. It's one of the mothers. She is angry you took a flamethrower to her nest. You now have no time left to reach minimum safe distance. Oh, that seems kind of familiar to you. Ow! Tk. Nein! Recommendation, mount the gun turret. Achso, ich hätte das Ding benutzen sollen. Ah. Aber wie? Ich glaube, muss ich drücken, verdammt! Ich bin so doof, den Gun Turret zu benutzen. Ich sitze drin und es will nicht. Okay, keine Ahnung. Das habt ihr verbockt. Oder ich bin sehr dumm. Wahrscheinlich weiß. Das kann doch nicht sein. Normalerweise steckt man mit X irgendwo ein. Aber kann sein, dass der Blood Dragon jetzt irgendwie auch weg ist. Das Ding ist auch nicht so richtig unten, ne? Es schwebt. Ich glaube, so einiges ist gerade kaputt, oder? Ja. 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 Ich geh mal zum letzten Checkpoint zurück und guck mal her. Okay, nochmal ab hier. 3, 2, 1, blow up, goddammit! Oh, have a pleasant day. How slow is this goddamn elevator? What's the point? Dramatic tension? Alert, inbound Blood Dragon. It's one of the mothers. She is angry you took a flamethrower to her nest. You now have no time left to reach minimum safe distance. Aber ich verstecke mich einfach ein bisschen. Hat es ihm keine Familie hier? Das hat nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert. Ja! Ja! Was zur Hölle? Okay, ich habe anscheinend einfach kein Glück. Töte jetzt mal den Drachen zu, gucken was passiert. Wahrscheinlich ist es einfacher mich einfach schnell filmen zu lassen von dem. Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Rammatsch ist das denn, ne? Ja, wäre wahrscheinlich besser. Ja! Adjektiv! Reach the elevator and escape! Alarm! R-M-crasher secure! All the bugs missing have got fire! Beginn of the evacuation room! This is the mess without this one full at all! This is what I'm supposed to do! There's no one! Blow him, goddamnit! How slow is this goddamn elevator? What's the point? Das ist nicht das Problem! Alert! Inbound Blood Dragon! It's one of the mothers! She is angry you took a flamethrower to her nest! You now have no time left to reach minimum safe distance! Hm, I seem kind of familiar to you? Ja, so viel dazu! Ich glaube, ihr habt auch was eingeschlafen! Recommendation! Mount the gun turret! No shit! W- Was zur Hölle?! Also angeblich ist hier sogar irgendwas. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhh! Ist das ein bekannter Bug oder was? Was? Ich versteh's nicht. Wie kann denn sowas bitte passieren? Jedes Mal, wenn er unten ist, fliegt er einfach nach oben. Okay, mal probier's noch. Und ansonsten, keine Ahnung, eventuell Xbox mal neu starten. Ich mach das lieber gleich. Aber, was zur Hölle? Soll ich das Spiel mal neu starten? Ich glaub ich starte mal das Spiel neu. Hm, okay. Soll ich das sind? Soll ich bzw. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, das scheint mir an Leuten zu gehen Ja, was zur Hölle aber, ne?